Eigentlich möchte ich nicht so lange warten. So, wir haben hier vorne jetzt alles soweit vorbereitet, wie wir es brauchen für hier hinten. Heißt, wir probieren es nochmal. Ich habe das Forum sogar als Bookmark. Warum habe ich das denn nicht mehr gefunden? Kannst du bei jedem Abzweig einsteigen? Nee, es gibt immer verschiedene Triggerpunkte. Also hier kannst du entweder ganz am Anfang oder an dem Punkt, wo du Alice gefunden hast. In anderen Kapiteln hast du teilweise drei Sprungpunkte, wo du reingehen kannst. In den nächsten Kapiteln hast du auch gar keinen außer den Anfangspunkt. Das kommt aber so ein bisschen auf das Kapitel drauf an. Aber ich versuche halt zu vermeiden, jedes Mal das ganze Kapitel zu spielen, wenn ich es halt einfach nicht mehr brauche. Also, das sind ja, ich glaube, allein bis zu dem Punkt, wo du Alice wieder hast, sind das bis zu zehn Minuten. Und das ist mir echt zu doof. Und du kannst die Cutscenes halt nicht skippen, ne? Das Spiel ist ja auch nicht dafür gedacht, dass du skippst. Also, ich glaube, es ist auch nie so richtig konzeptioniert worden für jemanden, der so bescheuert ist und wirklich alles, alles machen will. So, jetzt probiere ich es nochmal. Warte, ich gucke. Also, Badezimmer, beim Androiden interagieren oder, also, töten oder beim Androiden für einen Sekundenbruchteil interagieren und somit beim Töten scheitern. Auch bei der Tür zum Lagerraum scheitern. Okay, wir machen das. So. Jetzt sind wir einmal hier gescheitert, einmal da gescheitert. Wenn das jetzt wirklich das war. Ey. Sorry, aber das geht gar nicht. Und wenn es das wirklich war, Cailin, dann fühle ich virtuell geknutscht, ne? Okay, ich probiere das jetzt nochmal mit dem, äh, mit dem Bären. Komm raus. Komm raus. Nein, ich werde dir nichts tun. Ich möchte nur uns hier... Eeeeser. Eeeeser. Ich hätte deinen Speicher nicht dashen dürfen, okay? Eeeeser. Jetzt nur. Komm da raus und alles kommt in den Augen. Ich helfe auch. Ich denke, dass dein Mädchen zieht. Ich habe bestimmt Angst. Sei doch vernünftig. Komm raus und alles... Meine Fresse, ich kriege es nicht hin. Wie zur Hölle soll ich beim Schleichen dieses Käfig aufmachen? Ich weiß mal, beim ersten Mal durchspielen von diesem Spiel, ich war so geflasht, weil... Ich liebe ja diese Spiele. Also, ich war auch ein riesen Fan von Heavy Rain. Aber irgendwann... Bist du an so einem Punkt, wo du es einfach nur noch hast. Aber du willst es trotzdem fertig kriegen. Du warst gewarnt. Träume enden immer in Tränen. Du hättest auf mich hören sollen. Was machst du denn? Geh mir aus dem Weg. Nein. Nicht diesmal. Geh mir aus dem Weg oder ich schieße durch die Durch. Und again, he's dead. Stirb leise. Bitte, 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 lass das mit dem Badezimmer geklappt haben. Bitte, bitte, bitte. Also, ich meine, wir sind schon bei 95% von diesem Kapitel, ne? Ich wollte dir nichts tun. Er hat mich auf Gehorsam programmiert. Als ich sah, wie die Kleine ihr Leben für dich riskiert, war es, als öffnete ich meine Augen zum ersten Mal. Endlich konnte ich sehen. Ich weiß, du vertraust mir nach all dem sicher nicht mehr. Aber ich kenne jemanden, der euch über die Grenze bringt. Ich könnte euch hinbringen. Ich könnte euch beschützen. Dich und die Kleine. Oh, red schneller. Jetzt tut mir leid, Tommy. Es liegt nur daran, weil ich mich richtig dämlich anstelle. Oder weil das Spiel mich einfach hasst an dieser Stelle. Ich hatte solche Angst, dich zu verlieren. Bitte, bitte, bitte. Lass es jetzt geklappt haben mit diesen Androiden. Ja! Oh mein Gott! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, warte. Ja! Es hat funktioniert! Kaelin, fühl dich geknutscht. Ohne Scheiß. Warte, weltweite Statistik. Äh. 21%. Haben diesen Weg genommen. Mhh. Scheiß die Wand an. Wirklich. Das, da... Äh. Hab damals meine Frau zur Weißglut gebracht. Return to Castle Wolfenstein. Ein Bossgegner mit vorhergehender Cutscene auch über 100 Mal ausprobiert. Ich kenne auch so ein paar Geschichten. Geil! Wir haben jetzt auch 97%, richtig? Es fehlt also nur noch diese Sache. mit dem, mit dem Bären hier hinten. Also wir müssen dem Bären und in dem Versteck bleiben. Versteck verlassen, 2%. Warum? Alle sind in dem Versteck geblieben? Ich hab's verlassen. Finde ich bescheuert. Ey, wie geil! Hier ist es. 2% ,